Hallo Leute, hier ist der Minas und zwar gab es gestern oder bei uns eigentlich heute erst die Mitteilung, dass Nintendo of America sagt, dass im März 2023 der eShop von der Wii U schließt und auch von dem 3DS. Das fand ich ziemlich überraschend ehrlich gesagt und ich würde in diesem kurzen Video oder vielleicht auch längeren Video darauf eingehen, was ich davon halte und wie ich darüber denke. Ja, halt wie gesagt, die News ist relativ aktuell, betroffen ist natürlich der Nintendo 3DS und auch die Wii U. Man muss dazu sagen, die Wii, also die Wii hat ja auch so ein Shop-System, das ist auch schon länger weg und ich finde es auch ein bisschen traurig, dass das jetzt auch hier beendet wird. Das ist der Twitter-Account, ja. Dass es halt auch beendet wird. Man kann natürlich auch noch auf die Originalseite von Nintendo gehen, das tue ich jetzt auch, weil da stehen noch ein paar lustige Informationen drin oder auch vielleicht wichtige Informationen für euch. Und ich werde euch auch vielleicht auch Empfehlungen geben, warum es eigentlich so schlimm ist, dass dieser Shop schließt. Und das werde ich halt, ich habe auch noch meine Wii U angeschlossen und da zeige ich euch auch noch so Sachen, die ihr da kaufen könnt. Weil bald ist vorbei mit Kauferei, denn am 23. Mai, genau, soll es nicht mehr, habe ich März gesagt, warte mal, steht eine andere, hier steht March und da steht Mai. Okay, okay, da ist sich Nintendo selber irgendwie nicht mehr so wirklich einig, aber es ist vom Costumer Support, also irgendwann März, April, Mai rum. Ach nee, das ist zwei, ah, das ist noch, ja gut, 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 gut. Ich habe es nicht richtig gelesen, also im Mai ist es schon soweit, das ist ja nicht mehr so viel, Februar, März, April, Mai, ein paar Monaten. Es ist nicht mehr länger möglich, die Kreditkarten und irgendwelche Sachen, die halt auf dem Konto einzuzahlen sind. Also ihr könnt ab dem 23. jetzt diesen Jahres nicht mehr mit einer Kreditkarte irgendwie da eure Wallet, also euer Guthaben aufstocken. Entschuldigung, dass ich jetzt irgendwie alles on the fly irgendwie übersetzen muss für euch. Und am August 29., auch noch diesen Jahres, ist es auch nicht mehr länger möglich, eShop-Karten zu benutzen und damit einzukaufen. Also es sind nicht mehr Nintendo eShop-Karts und kann man nicht mehr zu dem Account vom eShop oder von der Wii U vom 3DS aufladen. Und das ist eigentlich ziemlich kacke, weil damit ist es ja egal, ob sie jetzt diesen Store schließen oder nicht, aber damit ist es ja schon viel früher der Fall, dass ihr überhaupt keine Möglichkeit mehr habt, irgendetwas in diesen Shops zu kaufen oder in diesem Shop zu kaufen. Da gehe ich jetzt gleich auch drauf ein. Und es gibt auch eine Question-and-Answer-Sektion hier von Nintendo, das ist auch sehr ulkig, warum die das überhaupt machen und so. Ja, den Grund können wir jetzt auch direkt erfahren, aber wie gesagt, ich würde euch, sage ich auch später noch was zu, euch wärmstens empfehlen, euch jetzt noch eine Wii U zu kaufen. 3DS nicht unbedingt, muss ich sagen. Klar, habt ihr keinen 3DS und so und wollt ein paar DS-Spiele oder 3DS-Spiele nachholen, dann ist es vielleicht auch an der höchsten Zeit, sich jetzt noch ein Gerät zu besorgen. Lustigerweise habe ich auch noch mit einem Kollegen jetzt auch in letzter Zeit ein 2DS XL gekauft. Ja, Entschuldigung, wie in der ganzen Namenssache, aber Nintendo und die Handhelds halt, ne. Nee, aber auf jeden Fall, kauft euch, soweit es jetzt noch möglich ist, kauft euch so schnell wie möglich noch eine Wii U, denn mit einer Wii U könnt ihr ziemlich viel Crazy Shit machen und ist eine ziemlich underrated Konsole, ist auch eine ziemlich gefloppte Konsole leider von Nintendo, aber dazu gehe ich gleich noch mehr ein. Also, warum, warum passiert das überhaupt, wenn man jetzt hier draufklickt? Äh, why is this happening? This is a part of the natural life cycle of the product line. It becomes less used by customer over the time. Ja, ey, was ist das für eine Aussage? Nintendo sagt so, ey, klar, äh, ja, das ist ganz normal, dass irgendwelche Sachen aufgeschaltet werden, weil die Leute das nicht benutzen, ja, hahaha, ja gut, äh, keine Ahnung, wie valide da irgendwelche Zahlen von Nintendo sind, aber das ist eigentlich nicht der Grund, darauf gehe ich gleich jetzt auch noch, oder ich gehe jetzt darauf ein. Also, ich denke, ich denke mal nicht, es hat damit zu tun, dass Leute das wenig nutzen, sondern es geht eher darum, dass eigentlich relativ viele Leute dieses noch, äh, diesen Dienst noch nutzen und deswegen vielleicht nicht auf der Switch bereit dazu sind. Ich sag ja nur, ähm, das Expansion-Pack sich zu kaufen, hahaha, falls ihr jetzt nicht wisst, worum es geht, Nintendo hat ja jetzt diese Online-Mitgliedschaften für sich entdeckt, was sie halt eigentlich auch viel früher machen hätten können, ne? Ja, hätte, hätte. Aber Nintendo macht das ja jetzt so, dass sie, ähm, eine Mitgliedschaft anbieten, auch so was ähnliches wie ein Game Pass haben, aber ihr, aber der Game Pass von Nintendo, der ist halt jetzt nicht so krass gut, ne? Ihr habt dann dann mit der normalen Mitgliedschaft dann super Nintendo-Spiele mit dabei und dürft online spielen und es gibt ja dieses Expansion-Pack, da sind dann N64-Spiele, Sega Genesis-Spiele drauf, das neue Mario Kart, diese Erweiterungsstrecken für Mario Kart werden dazu sein, irgendwas von Animal Crossing oder irgendein Scheiß, den eigentlich keiner interessiert. Sorry, wenn ich, äh, Animal Crossing so abstrafe, ich hab nix gegen das Game, aber keine Ahnung, da gibt's auch irgendwelche speziellen Inhalte dann kostenlos, also was heißt kostenlos, ihr bezahlt sie halt mit der Mitgliedschaft und das ist halt das große Kriminelle, weil, äh, sie schalten diesen geilen Store ab und der Store ist wirklich gut, weil das zeig ich euch gleich, sie schalten diesen echt coolen Store ab, wo echt viel Virtual-Console-Shit dabei ist, den ihr jetzt nicht mehr bekommt oder bald nicht mehr bekommt und verlagert das auch nicht auf die Switch großartig, vielleicht kommt dann irgendwann, bald irgendwas auf der Switch, dass da irgendwelche Games dann hiervon released werden, die es nur auf der Wii U damals gab oder auf dem 3DS. Aber das ist halt sehr traurig, aber das, die einfach nur sagen, äh, dass die Consumer, also die Repetienten das nicht mehr benutzen, ist einfach ne dreiste Lüge, würde ich mal so sagen, also das stimmt auf keinen Fall. Äh, warum macht ihr das denn jetzt? Also warum, äh, gebt ihr jetzt erst die Meldung raus? Ja, wir wollen jetzt hier unsere Kundschaft darauf vorbereiten, ist einfach die Aussage, ne, damit ihr schon vorbereitet seid und wie gesagt, ne, Vorbereitung hier. Also, äh, bis August könnt ihr eigentlich nur noch was kaufen in dem Store, danach könnt ihr ja überhaupt kein Guthaben mehr auffüllen. Da gehen sie auch noch später auf, weil ich gehe jetzt nicht das ganze Q&A durch, lest euch das vielleicht mal durch, das findet ihr auf supportnintendo.com. Ich werde die Adresse auch unten in die Videobeschreibung reinpacken. Aber ihr werdet noch, ähm, die Server werden nicht komplett abgeschaltet, ihr habt immer noch die Möglichkeit, die Sachen doch noch runterzuladen, falls ihr die auf eurem Account verknüpft habt. Und speaking of Account, das ist bei Nintendo ja sowieso so ne Sache, die haben ja jetzt mit der Switch ein ganz anderes Account-System eingeführt, als die das auf der, ähm, Wii U hatten. Und damit schießt sich halt Nintendo auch wieder ins Bein, weil diese ganzen Sachen hier sind überhaupt nicht übertragbar auf eure Switch. Erstens, es gibt voll viele Sachen auf der Switch gar nicht, in der Virtual Console, die hier in dem Shop angeboten werden, in dem alten Shop. Und, ja, zweitens, ähm, also erstens, die werden gar nicht angemeldet, und zweitens, ja, wie gesagt, ist das halt ein ganz anderes System, was hier benutzt wird. Und ihr könnt leider das nicht, wie bei einer Playstation 4 oder 5, einfach übertragen, dass ihr einen Playstation 4-Account habt, und den könnt ihr auch auf der Playstation 5 nutzen. Diese ganzen Spiele gehen dann wirklich verloren, sind dann halt nur noch digital verfügbar. Und das ist eigentlich schon ein Albtraum, auch gerade für Retro-Game-Fans ist es halt richtig scheiße. Ähm, ich switche jetzt mal kurz in meinem Programm, weil ich hab ja meine Wii U angeschlossen. Ich mach das hier mal weg. Und, ja, da seht ihr mich auch. Hallo, hallo. Äh, hier ist meine Wii U angeschlossen. Schön für euch bereit. Und wir gehen jetzt ein bisschen in den Store durch, weil, äh, ja, hat natürlich auch eine fancy Musik, der Store. Aber, ich guck jetzt auch ein bisschen nach unten, sorry, oder ich kann auch auf den Fernseher gucken. Aber der Store hat, ja gut, hier, ne, Mario Kart 8 jetzt verfügbar und so. Das sind olle Schinken, ne? Äh, Topical Freeze wurde natürlich auch geportet auf die, auf die Nintendo Switch. Und das ist ja sowieso interessant. Voll viele Sachen sind ja eigentlich von der Wii U einfach eins zu eins oder ein bisschen anders portiert worden, halt auf die Switch. Deshalb ist die Nintendo Switch eigentlich nichts anderes als eine Wii U 2. Auch hier, ich glaub, den Gamepad, das ist eine originale, äh, Wii U-Konsole, auf der ich das jetzt zeige. Nur, interessant, ich will das Video auch jetzt nicht zu lange halten. Okay, wir haben jetzt grad mal sieben Minuten, das geht eigentlich noch. Aber, ähm, ihr habt hier ziemlich viel krassen Scheiß drauf von Nintendo selber. Ich möchte jetzt gar nicht so auf diese Indie-Bereiche eingehen, weil diese ganzen Spiele, die im Indie-Sektor sind, die findet ihr wahrscheinlich auch auf Steam oder auch vielleicht auch auf jetzt aktuelleren Konsolen. Und, keine Ahnung, der Shop ist halt wirklich, von den Preisen ist er noch relativ saftig. Ich hab übrigens auch noch 15 Euro auf meinem Konto hier drauf. Die müsste ich auch irgendwie noch ausschmeißen, bevor es vorbei ist. Also, wie gesagt, ähm, wir gucken uns jetzt mal so ein bisschen die Spiele an, damit es auch nicht langweilig ist. Also, ihr habt hier die Indies, die sind jetzt nicht so krass wichtig, finde ich. Da sind vielleicht ein paar Spiele dabei, die gehen vielleicht auch verloren. Aber die meisten Sachen, davon kriegt ihr halt, wie gesagt, auf anderen Plattformen immer noch. Das ist ja nicht so schlimm, wenn die Sachen jetzt hier halt nicht mehr dabei sind. Aber, jetzt wird's halt lustig. Ihr habt hier unten eine krasse Sektion. Und die ist halt schon, äh, hier seht ihr schon, die ist halt schon krass cool eigentlich, ne? Also, wenn ihr jetzt so seht, es gibt keine Virtual Console großartig auf der Switch. Ihr habt dann NES-Spiele, ihr habt SNES-Spiele, die dann halt in der Mitgliedschaft verwurstet sind, die ihr nicht so kaufen könnt. Das heißt, wenn irgendwann eure Mitgliedschaft verfliegt bei Nintendo, dann habt ihr auch diese ganzen Spiele nicht mehr, weil ihr sie nicht spielen könnt. Und auf der Wii U ist es halt wirklich so, du hast diese Spiele runtergeladen und sie gehören dir ja quasi dann. Zwar nur digital, aber so hast du deine Konsole. Solange die Konsole jetzt nicht kaputt geht, oder, haha, Nintendo jetzt sagt so, wir schalten auch irgendwann ab, dass ihr das wieder runterladen könnt. Weil, diese Runterladen-Funktion, die wird's immer noch geben, aber du kannst halt nichts mehr kaufen in dem Shop. Und das ist halt schon traurig. Deswegen, ähm, falls ihr noch Bock habt, diese Sachen nachzuholen oder sagt halt, ähm, ich hab jetzt keinen originalen Super Nintendo oder möchte auch nicht unbedingt ROMs zocken oder so, weil die Emulationen dieser Sachen sind natürlich auch relativ easy, ne? Ich will jetzt nicht, äh, irgendwie euch animieren dazu, dass ihr irgendwie, ähm, Emulatoren benutzt. Aber, ich muss halt schon sagen, die Library ist halt eigentlich ganz geil. Wir gucken jetzt einfach mal rein, NES. Und SNES ist jetzt, glaub ich, find ich nicht so wichtig, weil die meisten Sachen sind, also NES sowieso ist heutzutage, wer will noch groß NES-Spiele spielen? Da gibt's vielleicht eine Handvoll Spiele, die cool sind. Aber leider ist das System schlecht gealtert und viele Spiele davon sind halt scheiße schwer und ihr kriegt sie so nicht durch. Ich guck noch mal kurz den Super Nintendo durch, in der Sektion, was es da so gibt. Äh, Super Mario World gibt's aber, glaub ich, auch auf der Switch. Ihr habt Legends, äh, Link to the Past. Auch die Preise seht ihr jetzt mal. Das ist ja natürlich auch interessant, ne? Also jedes davon kostet jetzt so sieben, also sieben bis acht Euro. Oder acht Euro, genau. Und, ähm, ja, Donkey Kong Country 2, das, glaub ich, gibt's jetzt auch schon. Das gibt's, glaub ich, den dritten Teil gibt's auch. Donkey Kong Country gibt's auch. Super Mario Kart gibt's, glaub ich, auch. Super Metroid gibt's auch. Das hier allerdings, gibt es das auf der Switch? Ich müsste lügen. Ich glaube nicht, oder? Also, Super Mario RPG Legends of the Seven Stars. Ultra cooles Spiel von, äh, Square Soft. Oder, ja, sie hießen damals Square, Square Enix. Und, äh, heute heißen die, glaub ich, Square Soft. Aber das würde ich euch empfehlen. Kauft dieses Spiel. Und, äh, speaking of, ne? Earthbound ist jetzt quasi, ja, released worden auf der, äh, in der letzten Nintendo Direct. Aber, ey, es war schon voll lange verfügbar auf der Nintendo Wii U. Deswegen, ähm, klar, es ist jetzt halt in diesem SNES-Ding ist es halt drin, dass Earthbound 1 und 2 quasi kostenlos, wenn ihr die Mitgliedschaft habt. Aber ihr hört, könnt ihr das da schon viel länger spielen. Und, die Versionen sind ja auch nicht angepasst. Die sind auf Englisch, die sind ja nicht mal translated in Deutsch. Was ich schade finde. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass ich schlecht in Englisch bin, aber dennoch, äh, das auf Deutsch mal irgendwie zu übersetzen und das alles zu lesen, ist irgendwie ein bisschen cooler. Du bist dann irgendwie ein bisschen mehr da drin. In diesem ganzen, ähm, Flow. Ja, Street Fighter, keine Ahnung, wer braucht's? Harvest Moon? Gibt's Harvest Moon? Ich glaub, gibt's auch auf der Switch, ne? Alex J. braucht keinen Mensch. Demons Cress gibt's, glaub ich, auch auf der Switch. Breath of Fire, weiß ich's nicht. Dracula X, glaub ich, gibt es aber nicht, soweit ich weiß, auf der, äh, Switch. In diesem Abo. Ja, Twinbee braucht man eigentlich auch nicht. Obwohl dieses Twinbee Adventures ist hier dabei. Ja, Rainbow Bay Adventure. Das ist ganz cool. Kann man sich mal reinziehen. Ist so ein bisschen Sonic-mäßig. Wenn es ein Plattformer 2D mit drei Charakteren hier spielen können und so. Ist ein ganz cooles Spiel. Geht leider auch verloren, ne? Weil das habt ihr, glaub ich, auch nicht auf der Switch drauf. Äh, Final Fight, ja. Breath of Fire. Äh, Kirby Dreamland 3 ist, glaub ich, auch schon auf der Switch erhältlich. Pilotwings kann sein. Weiß ich nicht. Müsste ich lügen. Äh, Kirby Superstar. Supergeiles Spiel. Ist, glaub ich, aber auch auf dem Pack drauf. F-Zero ist, glaub ich, auch drauf. Pac-Man 2 ist, glaub ich, nicht drauf. Das Pack Attack ist, glaub ich, auch nicht drauf. Könnt ihr auch kaufen, also wenn ihr Bock auf den Puzzler habt. Äh, Wild Guns. Mega Man X3. Eigentlich ziemlich cool. Mega Man 7, auch ziemlich cool. Ich glaub, die beiden sind auch nicht auf der Switch. Street Fighter FA 2 hat irgendwie so komische Ladezeiten. So ein paar Stocker innen drin. Also so ein bisschen hakt das Game. Hab ich aber ultra viel gezockt. Hab ich mir damals am Flohmarkt gekauft. Original für ein SNES. Kann man immer noch spielen. Ist ganz cool. Habt auch eine coole Parry-Mechanik in dem Spiel drin. Äh, Super Punch-Out ist auch ganz nett. Contra ist sowieso, muss man nicht drüber reden. Aber ich glaube, das gibt's auch. Mega Man X2. Überleg mal, die ganzen Mega Man X-Teile kriegst du halt heute auch in der Collection. Aber wenn ihr halt das SNES nochmal original spielen wollt, oder ihr wollt hier auch auf dem Wii U Gamepad spielen, könnt ihr es auch nachholen. Das ist komisch, ne? Weil anfangs hab ich bei Gamebacktrack so relativ viel über die Wii U gerantet, dass die Konsole so kacke ist. Und jetzt mittlerweile hat sich so ein bisschen meine Meinung geändert. Und, ähm, ich find das halt schade, dass jetzt so viele Sachen verloren gehen. Äh, Street Fighter 2, The War, äh, Romance Saga, keine Ahnung. Nee, nee, Romance of the Three Kingdoms. Kann ich auch nicht. Kirby's Dream Curse gibt's, glaub ich, nicht auf der Switch. Supergoals in Ghouls gibt's, glaub ich, schon. Und das war's eigentlich. Und Super Mario Picross, ja gut, das braucht man auch nicht. Aber, wie gesagt, wenn ihr ein SNES teilen, will ich jetzt nicht groß rummoppern. Da ist auch wirklich das, ähm, Mario RPG, Super Mario RPG, ist, glaub ich, echt ein Klassiker. Was natürlich sehr interessant ist, Nintendo 64 Sachen, die werden jetzt alle nachgestockt bei der, äh, Switch, bei dem Expansion Pack. Hier habt ihr allerdings schon Mario 64 drin, für 9 Euro. Legend of Zelda Modulus Mars kommt jetzt, glaub ich, auch bald für die Switch. Äh, Ocarina of Time, Donkey Kong, Donkey Kong 64 auch. Ich glaube nicht, dass Donkey Kong 64 auf der Switch landen wird. Ich weiß nicht, wie das Copyright mäßig ist, aber ich weiß es nicht. Also interessant, also hier habt ihr auf jeden Fall noch die Möglichkeit, das so zu kaufen und so zu besitzen, ohne eine Mitgliedschaft zu haben. Mario Party 2, Mario Kart 64, Paper Mario, muss ich eine Lanze verbrechen, holt euch auf jeden Fall Paper Mario, ähm, für die Wii U auch. Und ihr könntest auch hier auf dem Gamepad spielen und so, ich weiß, das gibt es auch jetzt für die Switch. Aber ich muss euch diese Version auch ans Herz nehmen. Wir haben jetzt auch schon 14 Minuten, ich versuche noch ein bisschen schneller durchzugehen. Bomber 64, gutes Game, habe ich nicht gespielt. F-Zero X natürlich auch ein Klassiker, Yoshi Story mag ich nicht, also keine Ahnung, es kann ruhig verschwinden. Warprix 64, ja gut, ist halt, ne, schon sehr alt das Spiel. Äh, Kirby Crystal Charts, Star Fox 64 auch, sind ein Punishment, auch gutes Spiel. Ist auch damals nie im Westen erschienen, kann man jetzt hier auf der Wii U auch noch kaufen, wenn ihr Geld habt. Die Preise sind natürlich krass, ne, 9 Euro für ein Spiel, aber, wie gesagt, ihr habt das Spiel, ihr könnt das immer anmachen. Wenn ihr eure Wii U anmacht und das spielen wollt, dann ist es da. Und wenn ihr jetzt irgendwie Switch habt und eure Mitgliedschaft ist weg, dann habt ihr es halt nicht mehr. Und das war's. Excitebike. Aber, wie gesagt, da sind auch ein paar Spiele wieder dabei, die halt verloren gehen. Ähm, Turbo Graphics, ich gucke einfach nur da rein, ich war nie groß Sega-Fan, ich hatte auch keine Sega-Konsole, ähm, gehabt. Bomberman 93, ist, glaube ich, ein ziemlich geiles Spiel. Bonk, Alien Crush, Neutopia, Bomberman 94, warum ist das zweimal hier drin? Ne, 93 und 94, okay. Die Bomberman-Fans werden mich jetzt hassen. Ähm, Necromancer. Äh, Lords, ja, gut. Wie gesagt, sehr viel Bomberman-Games da drin, ne? Power Golf, Digital Champ. Da sind jetzt auch nicht so Granaten bei, muss ich sagen. Also, dafür, sich eine Wii U zuzulegen, ist jetzt nicht so krass, äh, wichtig. Ich geh sie trotzdem dennoch mal durch, weil, erstens ist es archiviert, was es damals mal gab in einem Shop. Super Star Soldier. Dungeon Explorer hatte ich sogar mal damals. Relativ. Okay, die Spiele sind auch ein bisschen billiger, ne? Aber das war's halt. Neur Adventure Island ist ein ziemlich cooles Spiel, muss ich sagen. Das macht Spaß. Ähm, geh ich mal wieder zurück. Wir haben nämlich, und jetzt, haha, Game of Advance-Titel. Und das ist sowieso, also die Wii U ist die Metroid-Maschine schlechthin. Ihr habt das NES-Metroid, das Super Nintendo-Metroid, könnt ihr euch runterladen. Und jetzt auch in der GBA-Sektion. Und das ist, gibt's ja, es gibt ja immer noch auf der Switch keine GBA-Spiel, weil hier habt ihr richtige Krach dabei. Ihr habt Minish Cap dabei. Ihr habt Zero Mission dabei. Für sieben Euro, einfach mal Zero Mission. Kauft dieses Spiel mal heute original bei Ebay oder so. Da seid ihr locker 40, 50 Euro los. Metroid Fusion ist die Vorgeschichte sozusagen von Dread. Ladet euch es runter. Es ist ein super geiles Spiel. Ähm. Super Mario Advance 4. Da ist, äh, Super Mario Brothers 3 mit drauf. Also ein NES-Remake quasi von dem Spiel. Cool. Hier, Mario-Luigi-Superstar-Saga. Richtig geiles Spiel. Ein richtiges Brett. Also du kannst, es ist zwar sehr teuer, sich die Sachen jetzt alle runterzuladen, aber du hast richtig geile GBA-Games drauf. Auch das Fire Emblem auf dem GBA, hab ich auch original. Ist richtig, richtig gut. Richtig gutes Spiel. Ähm, Super Mario World Yoshi's Island. Würde ich euch, oder ist es das? Ja, nee, nee, das ist Super Mario World 2, ne? Warte, bin ich doof? Steht nicht komplett da. Ich guck eben kurz rein. Das ist Super Mario World Advance 2. Ja, gut, dann ist es Mario World. Da würde ich euch die Super Nintendo Edition ein bisschen mehr ans Herz legen. Die läuft ein bisschen stabiler und die hat einen größeren Bildschirm. Äh, Wario Land 4, ne? Auch Grüße geben hier raus an meinen Kollegen, der gerade alle, ähm, Wario-Spiele durchspielt. Also, äh, Dr. Nerd. Also Julian. Äh, auch gutes Spiel. Kirby und die wunderbare Spiel, äh, wundersame Schwiegelwelt, Alter, was für ein Titel. Auch geiles Spiel. Das zweite, äh, Fire Emblem, Sacred Stones. Richtig gutes Spiel. Auch richtig geil. Also, Tactic-RPGs habt ihr hier auf dem GBA ziemlich viele. Kirby, Nightman Dreamland, Musik in der Land zu verbrechen. Geiler Remake vom NES-Titel und richtig, richtig geiles Spiel. Kauft's euch. Ähm, Yoshi's Island ist auch so eine Sache. Da ist die Super Nintendo Version ein bisschen besser, weil sie flüssiger läuft, weil die hat einen größeren Bildschirm und so. Die, äh, Yoshi's Island Version ist nicht so krass gut, muss ich sagen. Das merkt ihr aber auch. Und das liegt am kleinen Bildschirm. Kann man trotzdem machen, wenn man Bock drauf hat. Final Fantasy Tactics Advance. Auch ein gutes Spiel. Muss ich nichts zu sagen. Advance Wars 2. Mal legen, meine Leute. Das kommt jetzt nochmal raus. Ein bisschen in Off-HD gepullisht. Könnt ihr hier auch für sieben Euro nachholen. Mario Kart Super Circuit. Na klar, Mario Kart ist jetzt halt veraltet, ne. Warum solltet ihr jetzt nochmal so ein altes Mario Kart spielen? Hat aber Charme und ich mochte den GBA-Teil von Mario Kart sehr, 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 sehr gerne. Ich fand das richtig geil. Strecken waren cool und ihr konntet alle super nette Strecken freischalten. Das hat auch richtig Spaß gemacht. WarioWare. Mini Game Mania. Advance Wars 1 gibt's hier auch für sieben Euro. Super Mario Advance. Pokémon Mystery Dungeon, ne. Auch ganz lustig. Drilldozer nie gespielt. Castlevania, Harmony of Dissonance. Da muss ich euch dann wirklich die Castlevania, ähm, GBA, Legacy Collection oder wie sie auch immer heißt, wärmstens ans Herz legen. Das könnt ihr aber auch auf PS4 und Steam nachholen. Gibt es aber auch für die Switch. Da ist dann halt Harmony of Dissonance, Araya of Sorrow und, äh, Castlevania 1 quasi für den GBA. Lament of Innocence? Ne, nicht Lament of Innocence. Circle of the Moon. Das ist mit der 3. Ja, F-Zero GP Legends, richtig geiles F-Zero Game. Macht richtig, richtig Spaß. Hab ich auch sehr viel gespielt. Pokémon Pinball sowieso richtig, richtig cool. Also GBA, Golden Sun, Leute. Hier sind, äh, The Lost Ages, der zweite Teil. Und Golden Sun 1. Also richtig krasse, gute Games, die verloren gehen. Wirklich. Klar, ihr könnt euch ein GBA holen und die Sachen dann spielen. Ja, Rayman, äh, Advance, Rayman 3. Ich mach mal ein bisschen schneller. Ich will jetzt nicht zu allen Sachen was sagen, aber hier, Mario vs. Donkey Kong, ihr seht es ja selber. Äh, Araya of Sorrow auch wärmstens empfehlen. Ist ein richtig geiles Spiel, wenn ihr ein bisschen sparen wollt. Äh, Mario Golf, Mega Man Battle Chip, Mario Power Tennis, Mr. Driller 2. Ja, das F-Zero ist leider nicht so gut. Also da würde ich euch das GP Legends empfehlen über den. Game & Watch Gallery, ja, wer es braucht. Äh, ein Contra-Teil, den hab ich auch nie gespielt auf dem GBA. Schön, dass ich jetzt mal so runtergucke, aber wenn ich auf dem Bildschirm gucke, hab ich ein bisschen lag. Und dann kann ich es nicht so gut, äh, Dings, äh, kontrollieren. Mega Man Battle Network, ähm, ganz viele Mega Man Spiele auch komischerweise. Super Street Fighter, ja gut, die Street Fighter, die könnt ihr besser auf dem Super Nintendo spielen. Oder halt, äh, euch runterladen hier auf der Virtual Console. Ja, Mega Man, das ist auch ein krasses Brett. Diese Mega Man Zero Spiele sind sehr, sehr, sehr selten. Wurden jetzt nochmal auf einer Collection geportet. Und es gibt ja die Mega Man X Collection und Zero Collection, glaube ich. Aber hier habt ihr nochmal die Chance, das Einzelnen zu kaufen. Ich habe die alle übrigens, die ganzen Mega Man Zeros für GBA Original. Und die sind auch relativ, äh, was wert geworden. Kann ich euch aber empfehlen, da sind alle Teile durch die Bank ganz okay. Also die sind echt gut. Äh, das ist das, äh, Circle of the Moon Castlevania, ist auch ganz cool. Donkey Kong King of Swing, wo, wo kriegt ihr das noch her? Könnt ihr euch hier runterladen, ist auch ganz nah. Ich mach, ist jetzt keine Werbung für Nintendo, ne? Ich sag gleich noch was dazu. Aber, ihr seht, äh, man liest das einfach so in der News und denkt so, ja gut, alter Schinken, dann sind, dann wird halt dieser Store abgeschaltet. Das ist doch eigentlich egal, weil, wem, wen juckt es? Und jetzt seht ihr mal, was alles eigentlich in diesem Store noch drin ist. Und jetzt kommt's ja natürlich, ihr habt auch noch Nintendo DS Games und Wii Games. Die werde ich noch einmal, einmal ganz durch, schnell durchgehen. Und, äh, ja, Kawashimas Gehirnjogging, ne? Wer's braucht. Äh, Super Mario Bros, New Super Mario Bros, Legend of Zelda Phantom Hourglass, Mario Kart DS, 1, Mann, ich find, das ist das beste Mario Kart. Werden mich viele verhassen, aber ich steh dazu, es sind, die Strecken sind so kreativ und es macht so Spaß. Ich weiß nicht, ob das noch den Online-Modus hat, ich schätze mal nicht, aber es war damals der Knaller. Mit vier Leuten online zu spielen, hat Spaß gemacht. Spirit Tracks natürlich, die DS-Zelda sind nicht so geil, ne? Aber ich würd schon sagen, wo kannst du DS-Wirkel-Konsol-Spiele spielen? Das könnt ihr auf der, nur auf der Wii U. Die sind nicht geportet worden. Mario 64 DS, genau so ne Sache. Finde ich ein bisschen besser als den Original-Teil, obwohl viele das auch nicht mögen. Aber es sieht grafisch ein bisschen anders aus und auch den Charaktere werten das eigentlich eher auf das Game. Mario und Luigi zusammen durch die Zeit, ne? Partners in Time, auch ein richtig krasses Game. Es war einer meiner ersten DS-Games damals, hab's durchgesuchtet. Richtig geiles Spiel, 9 Euro ist eigentlich kein Preis für das Game, ganz ehrlich. Nicht kann sein, dass es auch wieder im Wert gestiegen ist, wenn du es normal für ein DS holen willst. Du kannst aber auf der Wii U nachholen. Die Wii U hat auch Save-States und sowas. Ihr könnt da so, ähm, hat quasi die, Nintendo hat einen eigenen Emulator geschrieben für diese Wii U. Und da könnt ihr das dann auch drin spielen und Save-States machen und auch die, ähm, die Bildschirme einstellen, so wie ihr haben wollt. Ziemlich, ziemlich nice. Mario Party DS, nie gespielt, aber ist, glaub ich, ganz gut. Ja, Pokémon Ranger hab ich auch nie was mit dazu. In Advance Wars, Dual Strike, Fire Emblem, Shadow Dragon ist leider nicht so gut. Pokémon Mystery Dungeons, nie gespielt. Ranger hab ich auch nicht gespielt, ganz viel viel. Prime Hunters, cooles Spiel. Macht aber auch wenig Sinn, wenn man keinen Online-Multiplayer mehr hat. Story-Modus ist okay. Aber wie gesagt, Metroid-Spiele kriegst du halt hier im Store hin- und hergeschmissen. Mario Slam Bass, Basketball, nie gespielt. Power-Malpinsel, Kirby Power-Malpinsel, muss ich in einem Lanz zubrechen. Richtig geiles Spiel, kauft's euch. Ist relativ einfach eigentlich, aber es macht Spaß. Ja, das Wario-Game war leider nicht so gut. Yoshi's Island DS war auch eher meh. Das war mit den Babys, dass er irgendwie noch Peach als Baby hat und Donkey Kong und Wario. Das war nicht mehr so geil und der Soundtrack ist fürchterlich. Gameplay-mäßig war es okay, aber Yoshi's Island, das Normale, da kommt nix dran. Kirby Mass Attack, nie gespielt. Muss ich mir, glaub ich hol mir das sogar noch. Ich hab ja noch Geld drauf. Das wird vielleicht auch eine Überlegung wert, weil ich muss sowieso mal gucken, was ich holen will. Weil Donkey Kong Jungle Climber, nie gespielt. Star Fox Command, cooles Star Fox Game. Ein bisschen anderer Touch, weil ihr habt irgendwie echt ein bisschen Strategie mit drin und so. Müsst auf der Karte so Routen malen und dann fliegt ihr dann da entlang. Und dann seid ihr im 3D-Modus ziemlich abgespaced. Haha, abgespaced, ne Star Fox. Welter, ihr wisst schon. Yoshi's Touch & Go ist, glaub ich, ein Starttitel gewesen für den DS. Ist, glaub ich, nicht so krass gut. Äh, Kirby's Master Attack, solide, macht Spaß. Big Rain Academy, nie gespielt. Und WarioWare Touched. Wow, das muss ich mir eigentlich holen. Das war eins der Spiele, die ich halt echt rauf und runter gezockt habe von Nintendo. Also, das hatte auch ein Kollege von mir damals gehabt und ich hab das immer gespielt bei dem. Das ist eine coole Minispiell-Sammlung. Ich geh jetzt noch die Wii-Sachen durch. Und ich glaub, dann wird's dann das auch gewesen sein. Also, falls ihr euch nochmal, nochmal ein Video wünscht oder so. Oder ich soll noch auf irgendwas eingehen, dann schreibt das in die Kommentare. Dann werd ich das nochmal machen, ein extra Video. Aber hier, ne. Die Wii. Habt ihr Metroid Prime Trilogy. Wie lange wartet man bitteschön auf Metroid Prime? Vier. Und hier habt ihr die Trilogy für 19 Euro, Leute. Ihr habt drei Spiele mit der Wii-U-Control. Habt Metroid Prime 1, 2 und 3. Und das ist schon krass. Also, das ist ein No-Brainer. Das müsst ihr euch eigentlich kaufen. Auflösungsmäßig natürlich, ne. Ist ein bisschen grobkörnig und so. Ist halt ein Wii-Game. Und ein geportetes Wii-Game. Also, nochmal auf 16 zu 9 gezogen. Halt von dem originalen Metroid Prime damals. Und Prime 2. Aber, schraubt's euch rein. Skyward Sword, ne? Hmm. Nation of Zelda Skyward Sword. Da gab's doch jetzt auch ein Port. Ja, aber, hey. Ihr kriegt's für 19 Euro anstatt für 60 oder 70 Euro. Und, äh, ja. Könnt's auch zocken. Mit einer Wii-Mode. Aber ihr müsst eine Wii-Mode haben, ne. Und eine Sensorleiste an eurer Wii-U. Mario Strikers, äh, Charged Football. Lustig, ne? Der alte Titel. Könnt ihr halt auch hier erwerben. Mario Galaxy 1. Könnt ihr auch kaufen. Den zweiten Teil komischerweise nicht. Punch-Out. Ja, ist okay. Pikmin 2. Ist auch ein Fan-Favorite. Ich bin mit Pikmin leider nicht warm geworden. Digi-Con-Country Returns. Richtig geiles Game. Kann ich euch empfehlen. Mario Galaxy 2 gibt's hier auch übrigens. Das heißt, diese Mario Collection, die Stars, die All-Stars Collection, ist eigentlich hier obsolet. Ihr könnt euch Mario 64, Mario 64 DS und Mario Galaxy 1 und 2 hier runterladen. Sunshine leider nicht, weil es gibt hier keine Gamecube-Spiele. Äh, Super Paper Mario. Supergeiles Spiel. Hat ja auch super im Namen. Ne, aber kann ich euch empfehlen. Ist so ein Spin-Off. Hat ein bisschen Jump'n'Run-Elemente und ein bisschen Paper Mario-Elemente. Aber kein rundenbasiertes Kampfsystem mehr. Ja, aber ihr habt so eine Drehmechanik, womit ihr die Levels so rumdrehen könnt. Die sind dann in 3D und ihr könnt euch so rumlaufen, damit auch Rätsel lösen. Supergeiles Spiel. Story auch ziemlich deep eigentlich für ein Mario-Game. Ah ja, dieses Pokémon. Pikachus große Abenteuer ist ganz lustig. Resident Evil 4 Wii Edition. Beste Version von Resident Evil 4. Auch wenn jetzt eine HD-Fan-Version rausgekommen ist. Aber ich muss sagen, es macht so Spaß. Es macht so Spaß zu zielen und zu schießen. Das macht echt Bock. Xenoblade Chronicles. Auch so eine Sache. Gibt es auch nochmal für die Switch. Aber hier kriegt ihr es für einen schmalen Zahn. Ich muss aber sagen, die Definite Edition davon sieht schon besser aus. Ihr könnt es immer noch spielen auf der Wii, aber ich blute ein bisschen die Augen. Pandora's Tower, nie gespielt komischerweise. Müsste ich auch mal nachholen. Körbis in Winter Wii. Richtig underratedes Spiel. Irgendwie gesagt, niemand was darüber. Wobei ich habe es mit einem Greedo auch hier Let's Played auf Gameback Track. Richtig geiles Spiel. Kauft es euch. Und es geht auch verloren. Donkey Kong, Jungle Beat, nie gespielt. Keine Ahnung. Es gibt es hier noch Project Zero 2. Gutes Spiel. Habe ich auch. Original für die Wii. Schönes Grusel-Game. Kann man mal machen. Pikmin 1, natürlich Klassiker. Wario Land, Shake Dimension. Auch richtig geiles Spiel. Habe ich auch mal geschenkt bekommen von Kollegen. Habe ich auch noch zum Glück hier. Körbis in das magische Garn. Das ist auch ein... Das gab es... Achso, das ist das Spiel mit dem Garnlook. Ja, das muss man nicht gespielt haben. Das ist ganz nett. Ihr könnt aber nicht sterben. Es ist viel zu einfach. Und weiß ich nicht. Es ist ein komisches Körbis Spiel. Das Sin and Punishment habe ich sogar mal gespielt. Das ist ganz okay. Kann man nicht drauf. Smooth Moves auch. Ein cooler Wario-Ware-Titel. Kann ich euch auch wärmstens empfehlen. Der Schattenläufer habe ich auch selber. Metroid Other M, ne? Auch wieder ein Metroid-Game, was in der Versenkung verschwindet. Vielleicht zu Recht, sagen viele. Aber ich mochte das Game. Es hat ein paar komische Designentscheidungen. Und ja, Zack & Wiki. Zack & Wiki, der Schatz von... Barbaros. Das ist, glaube ich, so ein Point-and-Click-Adventure-Dinge, ne? Ja, das ist traurig, ne? Diese ganzen Sachen werden leider wohl oder übel über den Jordan gehen. Monster Hunter Stories gibt es hierfür auch? Okay, interessant. Aber ich wollte jetzt noch mal mein Fazit sagen. Also, ich hab's ja eingangs gesagt, viele Spiele gehen verloren. Gerade sowas wie, ähm, wie das Super Mario RPG geht verloren. Vereinzelte Sachen, die ich jetzt auch noch rausgearbeitet habe. GBA-Spiele. Sehr viele geile GBA-Spiele leider darunter, die dann auch erstmal nicht mehr vorhanden sind. Und Metroid-Spiele. Also, Metroid Zero Mission, Metroid Fusion, Super Metroid, Metroid Prime Trilogy quasi für die Wii. Alles dabei. Und das habt ihr bald nicht mehr. Und, ähm, ich möchte keine Werbung großartig für Homebrew machen oder so. Aber falls ihr euch da ein bisschen schlau macht, ihr könnt mit eurer Wii U ziemlich viel Homebrew-mäßiges anfangen. Ähm, ein paar Sachen sind halt illegal, ein paar Sachen sind legal. Da ist halt die, ähm, da sind halt sehr viele Graustufen zwischen irgendwie. Ich muss nur sagen, ich habe meine, äh, Gamecube, ähm, meine Gamecube-Sammlung digitalisiert. Das heißt, ihr habt, ähm, die Möglichkeit mit Homebrew einen Gamecube-Emulator draufzuladen, der auch spielbar ist mit originalen Gamecube-Controllern, weil ihr könnt ja diese USB-Adapter von Smash Bros. könnt ihr an die Wii U anschließen. Und ich kann damit alle meine Gamecube-Spiele halt nochmal digital spielen. Und auch noch viele andere Sachen. Ihr könnt natürlich, gibt es auch Super Nintendo-Emulatoren und NES-Emulatoren oder so. Aber wie gesagt, da ist halt halt, bewegt ihr euch auf dünnem Eis, wenn ihr dann wirklich ROMs spielt, also Emulationen benutzt. Aber da ist die Wii U halt richtig, richtig krass vorne mit dabei. Und ich muss halt wirklich sagen, falls ihr keine Wii U besetzt, macht das auf jeden Fall. Holt euch eine Wii U, kauft euch nochmal die Titel, die da sind, weil die werden vielleicht echt nicht mehr vorhanden sein oder viel zu teuer dann angeboten werden mit irgendeiner Mitgliedschaft und ihr habt die nicht wirklich als Spiel. Und, ja, das soll es auch gewesen sein von meiner Warte aus. Äh, ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen. Schaut euch vielleicht mal auf den Kanal um. Wenn ihr euch mehr solche Sachen wünscht, dann bin ich natürlich bereit dafür, auch andere Videos zu machen. Ja, und ich hoffe dann halt bis zum nächsten Mal. Ich kann auch noch Werbung machen. Äh, ich bin beim Podcast öfters eingeladen bei, äh, Talk2Nerd. Das müsst ihr mal bei, äh, Spotify nachgucken. Es gibt auch einen Talk2Nerd-YouTube-Kanal. Da lade ich dann die Videos bearbeitet nochmal hoch von unserem Podcast. Also, ich unterfütter das ein bisschen mit, äh, mit ein bisschen Videomaterial. Aber wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video irgendwas gebracht. Ist ein bisschen länger geworden, als ich gedacht habe. Aber, mein Gott, da hat man mal einen kleinen Rundum-Schlag. Und nochmal das letzte Mal, äh, ist man in diesem Shop, äh, gewesen und hat sich den angeguckt, bevor es halt im nächsten Jahr wirklich dann halt final geschlossen wird. Aber, wie gesagt, auf der, Dings, auf der Page steht ja schon, dass es halt schon im Mai war das, ne? Hier, Mai könnt ihr nicht mehr aufladen. Und im August ist eigentlich schon, am 29. August ist eigentlich schon der Drops gelöscht, wenn ihr euch dann nicht mehr, äh, Guthaben haben, äh, kaufen könnt. Weil ohne, ohne Guthaben gibt es halt auch, ne? Könnt ihr euch nichts kaufen. Wie gesagt, bis dahin. Der Minas sagt auf Wiedersehen und, äh, wir sehen uns beim nächsten Mal, ne? Tschüss, tschüss.